Guten Abend, willkommen im Harthorn. Es wird uns ein Vergnügen sein, Sie zu verköstigen. Dieser Abend wird magisch. In den nächsten Stunden werden Sie Fett, Salz, Eiweiß und manchmal auch ganze Ökosysteme zu sich nehmen. Wir essen den Ozean. Wir essen den Ozean. Weinst du? Das ist alles nur sehr bewegend. Also ist es okay, wenn ich nicht so drauf stehe wie du? Oh mein Gott! Sie sollten heute Abend nicht hier sein. Sie, meine lieben Gäste, sind außergewöhnlich. Ist es nicht so? Ja, Chef! Geht das nun die ganze Zeit so? Was in diesem Raum geschieht, ist bedeutungslos im Vergleich dazu, was draußen passiert. Ja, Chef! Wir sind lediglich eine Schrecksekunde. Ja, Chef! Die Natur ist zeitlos. Ja, Chef! Was zur Hölle ist hier los? Ja, Chef! Ich liebe euch alle. Ja, Chef! Wie liebt ihr auch, Chef? Noch Fragen? Schmecke ich der Bergamot, Chef? Ja, tun Sie. Wir kommen ja hier. Ja, hier ist lustig. Geht das academics? Ja, das sind wir ? Untertitelung des ZDF für funk, 2017